Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Stellt euch mal vor euch! Leiter Amazonen, diesmal als... Helden Sie so stehen, ihr Kriegerfrau, bei Massenbeestalt Ambularen, oder? Habe ich mir das richtig gemerkt? Ja, genau! Wir begrüßen euch aus der Amazon-Fahrer, einem Donner-Held-Mettichlau! He! Ja! Jawoll! Gesponsert bei Amazon.de Das Weltall dehnt sich aus unseren Faschingsfreunden natürlich auch! Sie besetzen nicht nur den Rosenmontag, sondern Dankeschön auch den Freiburg-Faschingsumzug! Wir begrüßen euch, wir wünschen euch! Jawoll! Jawoll! Wir sind hier, die Mädchen gerade! Ja! Könnt ihr doch wieder aufrufen? He! Jawoll! Ja! Ja! Die Wachskafelle aus Knappel-Norole! Genau! Auf euch ein herzliches Frühschau! He! Ja! 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 Das geht jetzt vor mich hier! Ja! Ziemlich lang! Ja! Du legst so weit oben! Verwassungsloser! Ja! 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 Hallo! 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 Soll ich euch sagen, was er gerade gesagt hat? Nein! Nein! Das mach ich nicht! Nein! Er hat gesagt, die schönsten Frauen als Lego-Männchen verkleidet! Sagt er, sonst braucht er sich nicht eben getrauen! Warum versteckt ihr euch gerade in Gefühle? Die Frauen der Schwarzen Panther und der Weißen dazu! Und zusammen sind es die Schwarz-Weißen Panther! Für mich war es für München! Hey! Hallo! Du, Peter! Genau! Die von... Das ist schon 7! Ja! Ihr habt aber die 5! Müsst ihr euch noch ein Stück nach hinten da mal verschieben lassen! Nee! Wieso nie? Müsst ihr nicht? Gut! Jetzt hab ich auch Konfetti! Ja! Da kann's ja lustig werden heute! Wer seid ihr? Die Fähne aus Braschow! Nee! Elfterheide! Mein Gott! Och nie! Die Cheopatra war's natürlich! Jetzt kommt Elfterheide! Steht da dran, Drachenfieber! Kann ich ja lesen! Der Fähne schiffst du! So, komm ich da! Wir begrüßen unsere Tramp-Fan von der Letzte Heide der Münchenau! Oh! Jawoll! Geht weiter! Hello! Jetzt kann ich mein Lutschen, mein Lutsch! Hallo! 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 Das Brüschchor von Russchen! Und ihre Fäden steht drunter! Auf euch ein Münchenau! He! Hallo! Oh, das ist gut, danke! So wird das ein Tag! Ferti! Ah, warte! Sieht doch, nichts verkumpelt! Du und dein Garten ist das jetzt! 9a! Genau! Wir begrüßen euch für Münchenau! Hey! Nao! Wieso seid ihr in 9a und ihr 9? Ja! Das waren wir uns los die ganze Zeit! Das fragt euch! Oh, guck! Das fragt man an die, die wir nun mal gemacht haben! Welche Nummer? Welche Nummer? Welche Nummer? Welche Nummer haben sie gemacht? Oh! Oh! So! Ihr seid die Neuen! Das steht drauf! Auf Brötchen und Prinzessinnen! Super! Schön! Ich mach immer Nummer! Ihr macht Nummer? Ja! Jeder Einzelne von euch! Ach, guck! Jetzt wisst ich, die Öl fehlt! Ne, die kommt dahinter! Die 10! Hätte ich doch nie vergessen! Ich sag nur, die Öl fehlt! Der ist etwa! Die Smiley's! Oh, ihr wirst doch lachen als Smilies. So, wir haben hier die Lutschwestern. Richtig, Hitscher, hey! So, was steht für euch? Fest auf dem Zeug drauf, kann kein Mensch lesen. Dann sage ich, ihr seid des Bürgingslebens als Partner. Richtig, jawohl! Hallo! So habt ihr immer ausgesehen, in Bremen, ich kenne euch schon lange. Es gab nicht ein Jahr, wo ihr das Haus gesehen habt. Die Prosecco-Frauen, wir begrüßen euch! Von Michio, hey, Royal! So, Robin Hood, diesmal aus Saarau! Das ist Robin Hood aus Saarau, ich sag's dir ja. Hallo! Nein, Schneewittchen gerne, tut! Wir begrüßen uns nach Haare in Kiel, die wir euch gewünschtlau, hey! Hallo! Ja, ho, jö! Und dazu gleich die Petrol-Domitzen, Münchenau, hey! Hallo! Ja, ho, jö! Ja, ho, jö! In Schnapps würde ich nehmen. Oh, das ist gut. Oh, oh! Ist man nicht gut? Ja, alles. In Schnapps nicht. Warte, jetzt. Warte, ich hab nie. Ja, du trinkst noch. Oh, ich sehe. Ich hab nie. Ich hab nie. Ich hab nie. Warte. Warte. So, wen haben wir hier? Schönen Dank für das Naum, hey! Hm, hm, hm. Die Leute. Die Leute, die Leute, nein. Schöne? Nein! Baby Dolls aus Schönau sind das! Und hier steht, was das ist, nämlich Zufügel! Ja! Steht hier oben! Die Leute, ja, die Kindergarten! Genau! Die Zini! Die Leute, ja, die Kindergarten! Die Zini! Die Zini! Hier steht Zufügel! Schöne! 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 Was haben wir denn hier? Unsere Flaminos! Schöne! 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 Mein Gott seid ihr viele! Schöne! 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 Nein, ich kann nicht lesen, aber ich kann Buchstaben aneinander ketten! Ja! Ich war früher ein Zirkusverkettungskünstler. Ja, ich bin noch! So- Wir werden mal ernst, wir müssen mal gucken! Die Faschingsjäger als Eisprinzessin! Herzlich willkommen in Münchenau! Wo seid ihr her? Oh, das ist die Laune ab, das ist ja nicht so weit! Retour! Und das geht gut! Oh, die 20! So eine große Zahl! Wer ist nicht noch dran? Hallo! Die Barhutfarm! Wir begrüßen euch mit Münchenau! Hallo! So sehen also Miezen aus! Na da! Du hast keine Texte geschrieben, das musst du nächstes mal machen! Wir haben dafür ein längeres Watt! Ja, da sage ich jetzt lieber nichts, ich will ja kein Wälder schwachen! Aber wohl recht, dann hast du recht! So! Hast du recht! Die Mühlenhäuse! Die Mühlenhäuse! Heute als Wiesnwichtel habe ich mir gemerkt! Grüß dich! Aber ordentlich! Anstimmstür zum Zähne! Hallo! 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 Herzlich Willkommen im Umzug in München auch! Juhu! Unsere indischen Frauen von jetzt Martis! Wir begrüßen euch! Ich bin eine männliche Wünsche! Was schlapperst du? Supergut! Hello! Du musst damit einfach mal vorne laufen, ich hätte mich fast nicht erkannt. Du musst dann die Weltenweiber als Legobausteine! Aaaaaaah! Jawoll! Und die Fernseheulen heute verkleidet als Fernseheulen! Welche auch? Hey! Aaaaaaah! Das ist ein Aau! Holmein, du fliegst raus! Ich bin jetzt! Hello! Hello! Da sieht wohl wie er dahinter steckt! Hello! Die Piraten! Hello! Aus Kassel! Hello! 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 Komm, die Zuckerschleck mal! Was ist das? Die Pracht-Schnetten! Schnetten steht drauf mit 38G und ESM-Schnchen! Wir begrüßen euch! Ich bin Willchenau! Hey! Hello! 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 Ich hätte gedacht, dass er die Feuerwehr vorne war, aber wer ist das so genau? Vielen Grüß euch, ich bekomme dich noch! Hallo! Hallo! Oh! 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 Stehst du mal im Wege? Ha? Stehst du mal im Wege? Wollen wir uns reingreifen oder wie? Nein! So! Mal gucken hier! Stehst du im Wege? Die Butterfly Girls! Stimmt's? Ja! Wie begrüßt ihr euch für Griechenau? Hey! Ja! Jetzt stehst du wieder im Wege! Ja, was? Hast du mich etwa kalt? Die Matrosen von der Sportgruppe Bartsch! Schon mit heut könnt ihr euch aus dem Umzug! Wiedergrüße an unserem Schmärlester Faschingsfeindler mit einer Münchenau! Hey! Hallo! Die schleppen ihre Kerle mit! Du mal, die schleppen ihre Kerle mit mir! Ne, das waren auch ihre Kerle! Sehr vorsichtig! Die sind später nach Hause gekommen! Ist aber auch alt geworden für den! Ja, alt geworden sind sie! So! Oh, Benno geht auch mit! Benno ist auch mit! Jawoll! Mit was gehst du denn? Das heißt Benno heute! Und wir begrüßen an unserer Prinzessin Gaby! He! Mit einem Ball der Münchenau! He! 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 Und das Weihnachtsstern am Ende der Münchenau! He! He! Jawoll! Einmal! Auf. He! Jawoll! Jetzt mal eine Älse, ihr müsst normaler! He! 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 Und natürlich die Organisatorin dieses herrliche Umzug, den Grüßtwein mit einem Dreifachplan der Rieschlein. Hallo, 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 hallo. Die Wurzeltzahlen sind nicht. Hallo, 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 hallo. Wille Grüße an die Karol-Ladies, die Supergirls und die Schwaupfer dollarschein mit einem neuen Hirnchen. Heyy, das sind die Supergirls. Ja. Tschüss. Ja. Ja, und den das ist die schönste Vorher, um zu begrüßen. Sonst brauch ich die mehr Hilfe kommen. Vielen begrüße, Dieler, Tabas, bei der Götter, bei der Götter, in der Finition. He! 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 Holger Borek, was der Judo-Mann gerade gesagt hat. Und die Musik geht Gommi. Da kann ich jetzt nicht an. Wer hat das angeschlossen? So! Oh, danke! Was? No! Und jetzt! 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 Wer kommt jetzt? Wir sind hier! 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 Natürlich! Na ja! Das ist hier! Hier! Hey! Ich frage euch dann! Ach so! Ach so! Ach! Ich bin der Retter in den Obert, wir begrüßen euch, wir begrüßen auch, hey! Schütze da, das kostet wie man kann. Wahrnehmungsfähigkeit vollständig gegeben. Hallo! Entschuldige, Entschuldige. Wir müssen Lüster besser hochschlammieren. Für die Frauen, die das aufschreiben. Wollte ich da nur die Preise geben? Nächstes Jahr und ich wünsche, wie soll ich das sagen? Yes! Ha! Hallo! 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 Dann haben wir die bei Tesa Burgfeinds! Hallo! 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 Echt? Aber ihr steht hier als bei Tesa, wahrscheinlich voller den Trink, oder? Nee, war doch so einzig! Ach so! Ach so! Also, mein Tesa ist... Hallo! Der Mutterkreis! Als Freundchen! Weiter! Weiter machen! Lady Kappa, sind die Nächsten, die hier aufmarschieren! Wir begrüßen euch mit Münchenau! Hey! Geh mir doch die Tasche her! Ich bin so richtig lau! Ich bin ein bisschen lau, ey! Hallo! So! Die Maugendorfer, letztes Jahr im U-Boot, heute aus dem Weltraum! Willkommen! Wir begrüßen uns heute auf dem Frauenherr! Ich bin auch nämlich aus dem Jugendnetz, bei Münchenau! Hallo! Juhl! Das war gut! Hast du? Ich mache das hier! Ja? Ja, so. So, wir haben hier die Wurzeln Knabfauen. Und die schwitzen. Okay. Der Seger, das ist eigentlich gekommen. Ich habe zwei Jahre geübt. Nee, kann nicht sein, sein, sein. Ah, Sabine, dass du wieder da bist. Schön. Auf dich habe ich gewartet. Ah, herrlich. So, die First Ladies aus Stona. Wir begrüßen euch von Willichnau. Jawoll. So. Wen haben wir hier? Die 7 und 15. Steht drauf. Nämlich die Mädels aus Sau. Als Verein. Und dann haben wir die 56. Wieso habt ihr getauscht? Die Roten Funke. Ja. Natürlich nur die Frauen von den Roten Funken. Ja. Genau. So, dann haben wir gleich dicht auf B. Ja. Kumpel. Hoi, hai. Juhu. Kommt Fethi auf'n' Lutsch. Ziemlich eklig. So, dann haben wir die Weimarunde. Ach, wenn keiner sieht uns. Haha, keiner hört uns. Haha. Ja, was der Meister am Tageliegt schafft, das schaffen wir in der... Wir begrüßen euch mit Willchen auch He! Du hast aber schön den Text gelernt! Ihr seid die unsterblichen Narren als Rauchwetter! Gott sei Dank für den Humpelstil zu den, hat weg, weggestochen hier! Wir begrüßen euch mit Willchen auch He! So, Hotchillies steht am Wagen, dann wäre es das wohl sein. Audi steht nicht am Wagen, der hat vier Krallen, Motorkrallen, Lüftungskrallen sozusagen. Parkkrallen! Motorparkkrallen! Motorparkkrallen und die Hotchillies! Wir begrüßen euch mit Willchen auch He! Die Wilden Hilden als Barbies! Gott sei Dank habe ich mit Autospielen gelernt! Und im Osten mussten wir mal schießen! Mit der Steinschneide auf Autos! Hallo, hallo! Joana, hast du keine Lust mehr? Ohhhh! Ohhhh! Der Kiefer sieht scheiße aus, oder? Wir begrüßen die Wilden Hilden! Die Bahnhofstrauen! Steht hier! Molin Rouge mit Traktor, der nicht besonders schnell ist! Fahrradentheor! Richtig, genau! Wir begrüßen euch mit Bahnhofstrauen! Von einem Dollar, will ich genau! He! Hallo! Ein Ritter seid gespät! Wir sind schon durch! Ja, ja, danke! Alles verstanden! Die Dollarsange hätte das schneiden müssen! Die Vampire! Wir begrüßen euch mit Willchen auch He! Hey hooo! Ja-ja-ja-ja! Ich hab Kanschen kommen aus Pulsen! Von Hohkampulsen? Hauh, hn! Ich bin schon ganz verstanden! So, der Starlight Express kommt vorbei! Willi grüß euch der Bülschnauhe! Die Trainer, meine Damen und Herren! Die Rückfläche willi grüß euch für den Plan der Bülschnauhe! He! 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 Zeig mal, was ist das für eine Winde drin? Auch so eine Grüne, neber? In einer Stunde ist die Urgrünmacht da. So, dann haben wir eine Maserkunst. Wir begrüßen euch! Bienvenidos und allo! Und dazu, menst du menst! Boah, Tausende der Atte! Jawoll, ich weiß ja, nein, es geht Tausend! Jawoll! Und die Tabalumas aus Neunauferde, yeah! Wenn man nie wusste, was das soll. So! Waschen bildet, natürlich. Wenn es was abbildet. Ja, es gibt noch ein Bildungsgetränk. Vorher wird es die Klappe hergestellt. Und sein Rathausstrahlen! Und die Zähne, 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 die Zähne! Kann Gott sein Genauisch! Da muss man ganz schön aufzählen! Sehr auf Baume! Ja! Auf Baume! Ja!